Aber jetzt hat er ihn gefuckt. Cute Baby Milei, der Kanal für Kinder. Hallo ihr Lieben. Milei will euch heute einen Hamster zeigen. Und zwar einen Hamster, der laufen kann. Und zwar habe ich den gekauft, der hat mich so interessiert, ist in so einem Ball drin. Da haben wir mir gedacht, den testen wir jetzt einfach mal. Milei macht ihn auf, der ist batteriebetrieben. Okay, weg damit. So, das ist die Kugel, wo man den Hamster rein tun kann. Oh, da läuft der nicht. Da drin. So Mausi, darf ich mal den Hamster zeigen schnell. Und da geht er an. Genau. So sieht er aus. Hinten hat er einen Knopf. Kann man einschalten. Probieren wir mal auf dem Tisch. Wow. Der läuft ja da vorne. Jetzt da. Mal rüber, dass die es auch sehen können. Zur Kamera hin, laufen lassen. Der ist ganz schön nicht schnell. Cool. Ich habe eine Idee, das wäre ein gutes Spielzeug für Silas und Smokey. Die werden nur noch hinter dem herjagen. Ja, bitte. Komm mal rein. Der kann. So. Hahaha. Seht ihr, wie der rumleibt in der Kugel? Ha. Jetzt da. Boah. Hahaha. Ich lache es auch. Der ist ja cool. Hahaha. Der läuft ja wie ein kleines Baby. Oh, der kann aber cool rollen. Was macht denn der? Das ist ja wie ein echter Hamster. Oh, ist das cool. Lass nehmen. Hamster. Ha. Sehr schönes Teil. Also ich werde das jetzt mal mit unseren Katzen probieren. Den Katzen zeigen. Ha, Millie? Ja. Also für 6 Euro ist der schön. Der hat gar nicht mal so viel gekostet. Hahaha. Weg. Der kommt immer wieder zu mir. Hahaha. Auffangen. Jetzt zu euch. Hahaha. Den muss ich ja richtig aufhalten. Hahaha. Ich habe so eine Grenze. Halt. Hahaha. Der weiß nicht, dass er hier vom Tisch fallen kann. Der weiß nicht, dass er auf dem Tisch steht. Nein, leider nicht. Cool. Machen wir mal auf. Und auf dem Tisch kann er noch schneller flitzen. Kommt, jetzt kommt er zu euch. Alt. Sehr schön. Ist auch lustig. Und ein schönes Spielzeug für die Katzen. Der läuft in unserem Wohnzimmer hin und her. Der Hamster. Oh. Und der Smokey, der reagiert nicht mal. Oh. Hahaha. Ich denke mag. Hahaha. 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 Ich habe schon gesagt. Hahaha. Aber jetzt hat er ihn fackt. Aber jetzt hat er ihn gefackt. Nein. Hahaha. Jetzt hat er ihn gepackt. Unser Wookie spielt sie. Lass du ihn los? Oh Gott, lass ihn nicht los. So, jetzt lässt er ihn nicht mehr los. Viel kann man zu diesem Spielzeug nicht sagen. Man kann sehr schön damit spielen. Für Kinder geeignet, für Melee geeignet. Oh, ich hab gar nichts gemacht. Jetzt hat er angefangen von selber. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.